Musik Herzlich Willkommen in der historischen Villa Deutsches Haus in Mittweida. Das Center Hotel ist direkt am Markt gelegen und dennoch ein Ort der Ruhe. Bereits 1828 errichtet, trägt das alte Handelshaus zu Recht den Titel Erstes Haus am Platz. Nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten hat das Deutsche Haus noch immer seinen ganz besonderen Charme und bietet den Gästen einen geruhsamen Aufenthalt. Die insgesamt 23 elegant ausgestatteten Zimmer, verteilt auf vier Etagen, verfügen über Satelliten-TV, Minibar, Direktwahl-Telefon und WLAN-Zugang sowie Dusche und WC. Das Deutsche Haus ist aufgrund seiner ruhigen und zentralen Lage bei Geschäftsreisenden und Touristen gleichermaßen beliebt. So stehen neben elf Doppelzimmern auch zwölf Einzelzimmer zur Verfügung. Um das Flair des altehrwürdigen Hauses beizubehalten, wurde auf den Einbau eines Aufzuges verzichtet. Also heißt es hier Treppensteigen. Für einen gesunden Start in den Tag servieren wir Ihnen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet nach kontinentaler Art. Und da befinden Sie sich auch schon im eigentlichen Schmuckstück des Deutschen Hauses, dem Gewölberrestaurant. Zu Abend können Sie sich hier in ganz besonderer Atmosphäre mit erlesener und natürlich frischer Küche so richtig verwöhnen lassen. Argentinische Steaks, gepaart mit mediterraner Küche, lassen jedes Essen zum kulinarischen Erlebnis werden. Und zum gepflegten Bierchen lädt die Bar des Hauses zum Verweilen ein. Bei schönem Wetter kann man aber auch im gemütlichen Biergarten Platz nehmen und entspannen. Die Landeshauptstadt Dresden, das Barockschloss Lichtenwalde oder die Burg Kriebstein sind nur einige Ziele, für die das Deutsche Haus ein optimaler Ausgangspunkt ist. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall schon jetzt einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt. Die Landeshauptstadt Dresden, gefhlt! Vielen Dank.